Herzlich Willkommen zu diesem sechsten Video aus meiner Reihe Karten im Geschichtsunterricht und ich möchte dir hier nähere Infos geben zu möglichen Bestandteilen einer Karte, dass wir das einmal jetzt durchgehen. Hier geht es darum, welche Bestandteile könnten in einer Karte typischerweise vorkommen. Es gibt einen Titel, eine Legende, einen Maßstab, Himmelsrichtung und Grade. Was das jetzt genau bedeutet, schauen wir uns an. Hier ein Beispiel für den Titel. Wir haben eine Karte, die wir uns dann noch genau anschauen werden, die hat eben das Römer Trade Network, das heißt römisches Handelsnetzwerk im Jahre 180 nach Christus. Das wäre das Thema der Karte. Es muss irgendetwas mit Wirtschaft und Handel zu tun haben, diese Karte. Dann haben wir die Legende und da werden einzelne Zeichen, die in der Karte verwendet werden, dann genau erklärt. Also hier zum Beispiel Unterhaltungszentren oder irgendwelche wirtschaftlichen Ressourcen werden hier dargestellt, dann haben Farben eine entsprechende Bedeutung. Also zum Beispiel Römer, die Römer und ihre Vassalen, also die von Rom abhängig sind, werden in roter Farbe dargestellt. Gemahnen werden eher so bläulich, violett dargestellt und welche, die eher iranisch im Ursprung sind, werden zum Beispiel grün dargestellt. Was gibt es hier noch in einer Legende zu sehen als Beispiel? Natürlich schauen wir uns ja nicht nur Karten an und verwenden wir nicht nur Karten zur Römerzeit, sondern auch zum Beispiel aus der Zeit der Industrialisierung. Also es gibt eigene Zeichen für Eisenbahnlinien, Autobahnen, wie du es auch aus Karten kennst, die unsere heutige Zeit dann beschreiben. Dann gibt es Farben, auch für entsprechende Länder, vielleicht rote Farben für Grenzen, blaue Farben naheliegenderweise für Farben für Meere, also wenn man dann Flächen darstellt. Und natürlich ganz wesentlich, um sich in der Karte orientieren zu können, auch die Himmelsrichtungen und da gibt es ja einen alten Hinweis, eine Merkregel aus der Volksschule, aus der Grundschule. Nicht ohne Seife waschen, also nicht ist dann der Norden, ohne ist dann der Osten, Seife waschen. Wenn man es durchgeht, ist eben oben Norden wiederum, rechts ist dann der Osten, unten ist dann Süden und links ist dann der Westen. Das sollte man sich in jeder Karte merken, denn in der Regel sind die modernen Karten, wissenschaftlichen Karten wie wir heute verwenden, immer eingenordet. Das heißt, oben befindet sich Norden. Dann haben wir hier diese Karte, von der wir schon gesprochen haben, über dieses römische Handelsnetz 180 nach Christl. Sie hätten wir dann den Kartentitel in dieser Karte. Dann haben wir eins der Symbole für die Städte. Und dann, wenn wir uns die Legende anschauen, haben wir hier gehabt, der Rome and Versals. Das heißt, alles was dann innerhalb dieser roten Grenze ist, gehört dann zum römischen Reich oder ist von denen Römern dann in dementsprechend dann abhängig. Dann haben wir eigene Zeichen natürlich dann auch hier für, also Farben für die germanischen Bereiche hier. Dann hier für iranische Nationen, die dann irgendwie zusammenhängen mit Grün. Dann haben wir hier Unterhaltungszentren. Hier zum Beispiel bei Rom. Hier, hier und so weiter und hier. Oder auch hier Richtung Antioch ergehend. In einem Vorgehen Video haben wir schon gesagt, dass wir dann nicht wissen, dass wir die Details dann hier aber nicht genauer sehen können. Wir sehen nur, dass es hier ein Unterhaltungszentrum gegeben hat. Das ist in Rom vielleicht, wenn wir das wissen, größer war als in anderen Bereichen, wie vermutlich in Antiochia, weil ja Rom die Hauptstadt des Reiches war. Aber genau Details kennen wir nicht. Dann haben wir hier Ressourcen, zum Beispiel das Gold hier aus Germanen zum Beispiel kam oder Sklaven zum Beispiel. Dass hier ebenfalls auf der iberischen Halbinsel hier Gold und Silber abgebaut wurden. Dass Zinn abgebaut wurde, Kupfer und dergleichen mehr. Schweine anscheinend wurden hier in diesem Bereich des heutigen England dann hier gewonnen. Und dann sehen wir hier zum Beispiel auch noch, dass es hier eine unterschiedliche Farbe für entsprechende Handelsrouten geben. Also wenn Handelsrouten dann das Reich verlassen haben, werden sie blau eingezeichnet. External Trade Roots und Internal Trade Roots. Das heißt, dass sie innerhalb des Reiches sich dann bewegen. Also man kann hier dann noch darauf hinweisen, dass natürlich hier dann Norden. Hier ist der Norden der Karte, hier ist der Osten der Karte, hier ist Süden, hier ist Westen. Und deswegen könnte ich sagen, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir die Frage stellen würde, okay, welche Stadt befindet sich dann, oder welches Gebiet befindet sich nördlich des römischen Reichs, als hier die Germanen zum Beispiel dann gelebt haben. Also es gibt einige Dinge, die wir hier haben, Titel, Legende und Himmelsrichtung. Dann gibt es hier ebenfalls in einer Legende einen Maßstab, der öfter angeführt wird. Das heißt, man kann dann hier sehen, wie ich mir das hier betrachte, dass das hier in diesem Bereich hier eine Länge hier, wenn ich die hier nehmen würde mit einem Lineal, dass das hier, wenn ich das hier umlegen würde, 100 Kilometern entsprechen würde. Das heißt, ein Maßstab gilt an das Verhältnis von der Größe in der Karte, also wenn ich hier einen Zentimeter messen würde, wie viel entspricht das in der Wirklichkeit. Und wenn ich einen Maßstab von 1 zu 100 hätte, da würde 1 Zentimeter in der Karte dann in der Wirklichkeit dann 100 Zentimeter entsprechen, und das kann ich hier umwandeln, ist dann 1 Meter. In der Regel habe ich natürlich einen viel größeren Maßstab, zum Beispiel 1 zu 2.550.000, und da würde dann 1 Zentimeter 25,5 Kilometer entsprechen. Und um dann wirklich zu wissen, wie gesagt, diese Entfernungen dann wirklich auf einer Karte sind, wäre es gut, eine Karte zu haben und dort einen Maßstab zu sehen. Warum brauche ich das? Wenn ich zum Beispiel die Wanderung von Völkern betrachten möchte, oder die Marschleistung von einer Armee betrachten möchte, dann ist es schon wichtig zu sehen, wie groß die Entfernungen sind, die dann zurückgelegt wurden. Dann hier gerade, Breitengrad und Längengrade. Hier haben wir eine Art Globus eingeblendet, können wir sagen. Und dann weiß es sicherlich aus dem Geografieunterricht, dass die Erde dann so in ein Netz eingeteilt wurde. Man sieht das hier, ein Netz von lauter Linien. Dann schauen wir uns das noch einmal an. Man kann die Erde einteilen in eine Südkugel, da herunten, du weißt unten, und in eine Nordkugel. Und oben haben wir dann den Nordpol, und unten dann versteckt, hier in dem Fall hier versteckt, aus unserer Sicht, ist dann der Südpol. Und wenn wir uns das Gratnetz anschauen, haben wir schon gesagt, alles ist hier eingeteilt. Und es gibt eben dann hier ein Netz, eine Linie oder mehrere Linien, die dann immer waagrecht verlaufen, also hier so etwa, und die nennt man dann sich sogenannten Breitengrade. Man teilt die Erde dann in der nördlichen Halbkugel, das heißt nördlich hier des Äquators, das wäre hier die Mitte, dieser Breitengrad hier, gibt es 90, die nördlich dann so immer so waagrecht verlaufen, und 90, die südlich dann verlaufen. Und der größte Umfang, das heißt der längste, dieser Breitengrade geht um den Äquator, das ist hier in der Mitte, könnte man sagen, dann der Erde. Der geringste Umfang, letztlich nur ein Punkt, ist dann hier im Norden der Nordpol, und im Süden dann der Südpol. Man macht das Ganze jetzt nicht nur waagrecht, sondern man macht das Ganze dann auch senkrecht, geht es dann von den Polen zum anderen Pol, verlaufen dann die sogenannten Längengrade, und die kann man sich vorstellen wie senkrechte Streifen. Und da gibt es dann ebenfalls 180 solcher Linien, die man dann angenommen hat. Eine andere Bezeichnung für den Längengrade ist noch Meridian. Und von der Zählung her kann man dann sagen, dass, das hat man dann später festgelegt, geht das sogenannte Nullmeridian, das heißt da wo man sagt, das ist der Nullte, der Erste, wo es anfängt praktisch, und da fangen wir bei Null an, der geht durch einen Ort in der Nähe von London, der heißt Greenwich. Warum geht der gerade durch Greenwich? Zu der Zeit, wo das festgelegt wurde, wo dieser Nullmeridian durchgeht, war England ein besonders mächtiges Land, und deswegen hat man dann eben durch diesen Bereich in der Nähe von London, der Hauptstadt von England, vom britischen Weltreich, hat man dann diesen Meridianen durchgezogen. Und deswegen sagt man dann, westlich von Greenwich, also westlich von London, von diesem Nullmeridian, verlaufen die westlichen Längengrade, und östlich davon verlaufen dann die östlichen Längengrade. Und somit kann man dann genau feststellen und sagen, okay, der zehnte Breitengrad zum Beispiel, nördlicher Breitengrad, das heißt nördlich dann hier heraufgehend, und der zehnte westlicher Längengrad, da befindet sich zum Beispiel eine bestimmte Stadt. Und so kann man dann ganz genau durch die Angabe des Breitengrades und des Längengrades dann feststellen, wo eine bestimmte Ort sich befindet, und könnte dann zum Beispiel auch hier dann sagen, okay, da befand sich dieser Ort, da befand sich dieser Ort, und kann sich dann zum Beispiel auch eine Entfernung dann ausrechnen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Hier wiederum einerseits der Verweis auf die verwendeten Karten hier in meinem Video, und andererseits mein Verweis auf das letzte Video in dieser siebenteiligen Reihe, und da geht es dann um typische Fragestellungen an Karten im Geschichtsunterricht. Danke für die Aufmerksamkeit, und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Musik Musik Musik